Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf den Beamer 4K-Unterstützung von T.O.P.T.R.O., ein echtes Highlight für alle Heimkino-Enthusiasten. Mit einer beeindruckenden Helligkeit von 25.000 Lumen und nativer 1080p-Unterstützung für 4K, bietet dieser Beamer ein atemberaubendes visuelles Erlebnis. Aber das ist noch lange nicht alles. Der X7 Beamer verfügt über eine 700-ansi-hohe Helligkeit und ein Kontrastverhältnis von 30.000 zu 1. Was bedeutet, dass die Bilddetails unglaublich scharf und die Farben lebendig sind. Stellen Sie sich vor, Sie genießen Ihre Lieblingsfilme auf einer riesigen 300-Zoll-Leinwand, das ist echtes Kino-Feeling zu Hause. Ein weiteres herausragendes Merkmal dieses Beamers ist die Integration beliebter Video-Apps wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus und YouTube. Sie können diese Apps direkt aus dem integrierten App-Store herunterladen und installieren, ohne dass zusätzliche Geräte wie eine TV-Box oder ein Fire-TV-Stick erforderlich sind. Das macht den X7 Beamer zu einer All-in-One-Lösung für Ihr Heimkino. Die innovative Autofokus- und automatische Trapezkorrektur-Technologie sorgt dafür, dass der Beamer innerhalb von nur drei Sekunden ein klares und rechteckiges Bild präsentiert. Egal, in welchem Winkel oder in welcher Position Sie den Beamer aufstellen, Sie erhalten immer ein perfektes Bild. Dank der ultraschnellen Wi-Fi-6-Technologie und Bluetooth 5.2 können Sie den Beamer ganz einfach drahtlos mit Ihren Geräten verbinden und ein reibungsloses Online-Video-Streaming-Erlebnis genießen. Der Bluetooth 5.2-Chip ermöglicht zudem eine klare und ausgewogene Klangqualität, wenn Sie drahtlose Kopfhörer oder Lautsprecher verwenden. Ein weiteres Highlight ist das vollständig versiegelte und staubdichte optische System des Beamers. Dies verhindert, dass Staub die optischen Komponenten verunreinigt und verlängert die Lebensdauer des Projektors erheblich. TOPTRO bietet zudem ein Jahr kostenlosen Austausch und drei Jahre Wartung, was Ihnen zusätzliche Sicherheit gibt. Schauen wir uns nun einige Bewertungen von zufriedenen Nutzern an. Niklas schreibt, einfach unglaublich. Die Bildqualität ist fantastisch und die Einrichtung war kinderleicht. Willi Tebben fügt hinzu. Der beste Beamer, den ich je hatte. Perfekt für Filmabende mit der Familie. Raphael A. sagt, die Autofokus-Funktion ist ein Game-Changer. Sehr empfehlenswert. Und Julius meint, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,8 von 5 Sternen und insgesamt 126 Bewertungen ist klar, dass der X7 Beamer von TOPTRO ein echter Publikumsliebling ist. Zusammengefasst bietet der Beamer 4K-Unterstützung von TOPTRO eine beeindruckende Bildqualität, einfache Handhabung und vielseitige Konnektivitätsoptionen. Wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen Beamer für Ihr Heimkino sind, ist dieses Modell definitiv eine Überlegung wert. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren und Ihren eigenen X7 Beamer zu bestellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.